Sollte ich während der Schwangerschaft bestimmte Lebensmittel meiden? Lebensmittel meiden betrifft vor allem rohe Käse und rohes Fleisch, weil das negative Folgen haben kann, was Erkrankungen wie Toxoplasmose angeht. Das heißt grundsätzlich verboten ist Hack, rohes Hack oder auch Salami ist auch eine hohe Geschichte oder Rohmilchkäse oder Eier, die nicht voll durchgekocht sind. Also solche Dinge, Eierspeisen, das sollte man meiden, weil die einfach eine Gefahr darstellen und mit Erkrankungen einhergehen können. Auch Salmonellen können auftreten in der Schwangerschaft, solche Dinge. Ansonsten gilt, dass man natürlich gerade wegen des Gewichtes auch alle Dinge meiden sollte, die hochkalorisch sind. Denn wenn ich jetzt Heißhunger auf Süßigkeiten habe, hat das den negativen Inhalt nicht nur, dass ich durch die Süßigkeiten sehr viel Kalorien zu mir nehme, sondern auch damit meinen Stoffwechsel so anheize, dass sofort der Zuckerspiegel, der erreicht wird, wieder absinkt und dadurch wieder ein Hungergefühl entsteht und dann wieder weiteres Essen nachfolgt. Hier sollte man vorsichtig sein und am besten sind natürlich Heißhunger auf Dinge, die nicht kalorienreich sind. Also wenn jemand zum Beispiel Rollmöpse mag, dann ist das nicht so schlimm, wie wenn jemand Schokolade mag. « Schokolade zu machen» »G Stand»